Hallo und Herzlich Willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf der Wieden Jagd. Ich bin mal wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich Azur Lane. Das Spiel habe ich ja schon ewig nicht mehr gehabt, glaube ich. Egal, ich starte es, mache Follbit rein, Sound ist an, ok und dann warten wir mal kurz. Wir müssen eigentlich ganz schnell gehen, ich habe es gerade schon gestartet und mein Account gefunden. Und starten wir mal. Ach so, ja. Da ist Starten. So, da sind wir. Okay. 2. Tag. Das war der 1. Tag. Das war der 2. Tag. Tag. Da ist der 2. Okay. Was sagt das Handy? Ganz viele Nachrichten. Tag. 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 Das war's? Okidoki. Missionen. Er lag hier. Nachrichten. Oh, schön. Achso. Ich bin auch schon Stefan Reiter. Du, 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 du. USY? Ok. Friend, warum soll ich mir ausleihen? Hm. Oh, noch. Ok. Jetzt nicht mehr. Wie fängt? Kasumi. Kasumi. Und. Wie viel? Ein Minispiel. Da bin ich mal gespannt. Muss ich mal drücken. Ah, ich muss drücken. Also, es geht mit. Mit Fener geht das besser. Oh. 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 Gut. 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 Gewinn. Okay. Gut. Ein Minispiel fertig. Gut. Es gibt. Es gibt. Ich muss mir was antworten. Gut. 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 in dem Gamekreis Viertel wollen wir in dem blauen Kreis Gut reicht mir Perfekt Bam Immer noch Mensch wie lange dauert das denn Perfekt Gut Perfekt Perfekt Gut Perfekt 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 Gut Das ist fertig ich gewinne ich noch einmal zu 0 schmeckt dabei perfekt zu 0 jawoll ich muss zu 0 gewinnen ne warte ich bin zweimal weitergekommen ich muss gegen die ganze noch gewinnen ja na gut dann geben wir mal gegen die ganzen machen wir mal ein kleines mini-match gut so bing und perfekt bam und wir sind neu noch zwei säge ich glaube das habe ich schon alle einmal gehabt ich glaube das hier war die letzte die ich noch nicht gehabt perfekt 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 so ich kann auch wo er drücken so 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 Ok, übernicht fertig. Und dann gehen wir jetzt mal hier drauf, auf das End. Kommission, Classroom. Oh, wie oft habe ich die? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mal. Und das ist mein richtiger Level 10. Und die habe ich noch alle dazu gewonnen. Okay. Oh, achso. Ok. Die kann ich nicht mehr nehmen. Oder meinen die mit, die sind alle. Die müssen weg. Ich weiß es nicht. Bomben, Flugzeug. Und Artillerie. Ich habe nicht so viele Diamanten. Wie viel habe ich denn? Steht hier nicht. Ich habe bestimmt am Anfang. 350. Okay. Dailies. Was sind die Dailies? Building 3 Ships. Okay. Dann bauen wir mal 3 Ships. Schips. 3 Schiffe. 3 Schiffe. Ich habe 65. Boah. 1 2 3 So, ich habe drei Schiffe gebaut. Der Heli Sortiere ein Obtray 15 Victories Hm, was ist das? 15 Victories Da fehlt nur einer Die ist gerade in der Schule Flugzeuge Nahkämpfer Und zwei Artillerien Was ist denn hier? 5% Hier ist neu Ah, warte mal Okay Warte mal, lieber normal rein Okay Okay Ne, geht nicht. Hm. Hier fehlen zwei. Keine Ahnung. Und das? Ach. Ma, ist drin. Geht auch nicht. Hier aufgehen. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Und den letzten probieren wir aus. Und auch nicht. Okay. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Dailies. Not open. Oh, das ist open. Okay. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Auch wieder der. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Das muss man. Und... Okay. Es? Es ist gut. Es gefällt mir. Was ist das? Auch ausweichen? tomm Schrauben 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 Okay. Gewonnen. Und wieder ist. Jetzt waren wir Level 3. Level 3. Level 3. Und da waren wir schon. Da haben wir angefangen. Da hab ich nur verloren. Warte mal. Ja. Okay. Okay. Level 1 ist das schon. Level 10. Ah. Keine Ahnung. Ich glaub ich hab jetzt zu wenig Schiffe. Ich muss noch. Ich brauch noch mehr Schiffe. Du 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 du. Decent. Decent. Los. la confidential. Nice. hmm, gut Hi! Hallihallo! Das war das hier rein. Das war das. Die scheint kurz zu sein. Braucht auch das besser sein. Ja. Und da diese. Und hier diese. Okay, da ist nichts. Ich hab keinen Skin. So, haben wir erstmal ausgerüstet. Was kann man hier noch machen? Archiv. Unlock. Versperren. Kommentare. Respekt. Favorit. Ja. Ich denke mal, das war's dann. Ich hab das Spiel noch nicht richtig verstanden, wie ihr es wahrscheinlich seht. Hm. Hab ich jetzt noch mehr gekriegt? Ich weiß es nicht. Komisch kommt das Spiel. Okay, ich kann 150 behalten. Ich habe 32. Ich sortiere mal. Hm. Extra Skill. Also das ist meine stärkste bislang. Ah, warte mal. Nein. Ja. Ja. Hm. Ah, das ist die. Royal Navy. Flugzeuge. Nee, Navy. Ja. Airforster Flugzeuge. Da haben wir gar nichts. Zakuza Empire. Zakuza Empire. Ironblunt. Nummer 2. Dragon. Da haben wir auch nichts. Da haben wir auch nichts. Onyx. Auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. Auch nichts. Und anderes ist die. Aber kann ich nicht die ganzen in ihr reinstecken und dann noch besser machen? Einfach so. So oft mit dieser. Mit diesem Charakter. Ich weiß es nicht. Gehe ich nochmal auf Mission kurz rauf. Auf Dailies. Habe ich eigentlich noch ganz viel Dailies zu erledigen. Aber wie geht das? Gefood. Das sieht schön aus. Die Wohnung. Von mir. Wow. Da werden die drin gelevelt. Nice. Habe ich Omaha? Aha. Nein. Dann kommt die rein. Und. Und Lea setzt sich raus. Und. Pfote. Ich glaube die verbessern. Ich glaube die verbessern. Ach die hat. Ich glaube die kann gar nicht. Oder? Doch. Kann auch. Nice. Die hat sechs Sterne. Wow. Oh. Und die kann sechs Sterne haben. Untertitelung des ZDF, 2020 Happiness Ist sehr gut bei mir Oh Zurück Scheiße, wie habe ich denn das gemacht? Das sind Sachen, die ich alles habe Den Bohnen brauche ich nicht Okay 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 Und wenn ich es wieder weg machen möchte, nochmal drauf zu kommen, oder? Nee Ah, keine Ahnung Ich habe 33 Okay 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 Das ist die Wand Dekor Dekoration Mit was könnten die ihre Langeweile vertreiben? Mit einer Maus Hier muss ich mit Diamanten bezahlen Naja Wir machen erstmal hier Pitfin Auf der Straße Da 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 Was ist das zum Sitzen? Zu groß. Abort. Wohnzimmerbereich und Schlafbereich. Okay, safe. XP hoch. Ich müsste was kaufen, aber was nur. Ja, das hausia. Das ist größer. Ach so, ich sollte das zählen. Gut. Teilen. Hm. Na gut. 3, 4. 20 Dailies. Hm. Komplett 50 Dailies. Hier drückt nicht rein. Nein. Da war bei Dailies. Hm. Das konnte ich spielen. Ging das nicht auf Automatik. Egal. Dann mache ich noch das eine hier. Da habe ich die eine Daily und das. Ich denke mal das war es dann für heute. Okay. Okay. Ah, getroffen. Aber geschafft. Bestimmt ein S. Ja. Dann gehen wir zurück und holen uns das eine ab. Eine Daily noch schnell fertig gemacht. Und ich würde mal sagen, das war es heute. Jo. Ja, dann würde ich mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch nichts mehr dabei seid. Bis dahin wünsche euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Verlädt das Bild nicht. Ich hole mir gleich das Ticket ab. Bis dann. Tschüss.